Was ist für die Auszubildenden ein eindrückliches Erlebnis, mit dem man Arbeitssicherheit vermitteln kann? Das wird auch, was Arbeitssicherheitsmaßnahmen betrifft. Wir haben Ihnen das entsprechend mit einer Augmented Reality-Applikation für das iPad realisiert, wo mit spielerischen Elementen den Auszubildenden auf Ihren iPads gezeigt wird, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Arbeitssicherheit an einer Standbohrmaschine in diesem Fall zu gewährleisten. Was wir hier sehen, ist jetzt eine Standbohrmaschine, die sich ironisch auch in Ihren Hallen einsetzt, damit der Auszubildende sich auch hier gleich wiederfindet. Der Auszubildende hat jetzt hier in dieser Anwendung die Aufgabe, verschiedene Gefahrensituationen zu erkennen und entsprechend auch zu beheben und bekommt dazu auch gleich eine Erklärung mitgeliefert. Das heißt, hier unten haben wir jetzt eine Flüssigkeit auf dem Boden, die muss er antippen und hier ist eine entsprechende Erklärung, was zu berücksichtigen ist, wenn so etwas auftritt. Weiterhin haben wir hier die Sperne, die er einsammeln muss. Auch hier wird erklärt, dass das natürlich zu Schnittverletzungen führen kann. Und last but not least das Thema, wenn man den Bohrer berührt, wird darauf hingewiesen, dass man hierbei immer Handschuhe auftragen muss. Das heißt, hier unten haben wir die Sperne und 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 die Sperne.